Seht euch das an, es ist so prächtig. Also ich finde es prächtig. Also jetzt noch nicht, das ist jetzt nur ein Fahrstuhl. Und wisst ihr, was ich mache während einer Fahrstuhlsequenz? Richtig. Ich nehme einen Schluck Tee. Tee, James. Ja, bitte. Okay, ähm... Bam! Und noch einmal eine Eisfläche zerstören. Halleluja. Okay, kann ich dir ja nicht scannen, die Dinger? Ja, kann ich, aber bringt mir keinen Eintrag. Und kaputt machen. Yay! Pendrana Drift! Oh Gott, was war das? Ich mache komische Sounds. Ja, Eiswiese von Pendrana. Halleluja, ein Halleluja. Hardrock, Halleluja. Yeah. That's so beautiful! Okay, ähm, und hier oben fliegen lustige kleine Gesellen rum, die ich scannen will. Wow, das erste Mal habe ich ihn nicht sofort erwischt. Pff. Ähm, lustige kleine Eisgesellen. Egal, wir gehen rüber. Yay! Yay, hallo du da! Oh, 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 sorry. Ähm, hier ist ein Speicherraum übrigens. Brrrr. Da, seht ihr? Speichern, yay, machen wir aber noch nicht. Noch nicht. Nein, definitiv noch nicht. Ich werde das jetzt immer noch genauer prüfen, als ich ohnehin schon getan habe, wenn ich... Ähm... So, jetzt kann ich nicht aber scannen. Bevor ich hier irgendwelche Rohdateien lösche. Mh, ich habe nämlich keinen Bock, dass ich wieder das ganze Spiel von vorne spielen muss, noch weil ihr irgendwie so einen scheiß Computer so einen Bug macht. So, ähm, die oben liegende Tür wurde entriegelt. Stand da gerade, für die, die es interessiert. Brrrr, okay. Yay, und jetzt müssen wir auf die oben liegende Tür. Und wir kommen da, indem wir da langsam hochklettern, quasi. Quasi. Haha. Und? Oh, 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 hoch. Genau, oh, ich mag meinen Fischroh. Nein, eigentlich nicht, aber das fiel mir gerade darauf ein, warum, keine Ahnung, ist ja auch eigentlich egal. Ähm, random. Ja, so, die Tür wurde entriegelt, wir können rein. Yay! Oh, nein, nicht schon wieder. Äh, Moment. Bam. Hallo, komischer... Ich hasse diese Dinger. Wenn wir sie berühren, kriegen wir eine Störung... Eine Störung, eine Wegstörung im Visier. Hier. Nein, 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 voll rein, voll rein, natürlich, Sui. Gut gemacht. Und direkt da, seht ihr, das ist meine Bildstörung. Ähm, kommen wir jetzt hier... Oh, die tollen Gegner wieder. Die tollen, tollen Gegner. Hi. Ja, die werden direkt beide wach. Nein, nicht gut. Ich werde gestern fast gestorben einmal gegen so ein Vieh, weil ich ziemlich unvorsichtig war. Guck, ich nehme vielleicht erstmal den, der hier direkt vor mir ist. Ähm. Moment. Nein, du solltest den anderen treffen. Ach, egal. Ähm. Ist gerade nicht so cool, dass es zwei sind, finde ich jetzt persönlich, ehrlich gesagt. Stirb, 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 stirb. Oh, wie viel hält der aus von meinen Einzelschüssen? Okay, der ist weg. Jetzt bin ich dem noch nah. Bam. Bam, 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 bam. So nah. Ich bin dir so nah, mein Freund. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe um dich herumdrehen. Okay. Okay, so. Ähm. Ich hätte jetzt zwar nicht killen müssen, aber ich fühle mich da ehrlich gesagt sicherer, wenn die Dinger mir nicht am Nacken kleben. Und vor allen Dingen da unten stehen und mir nach, äh, mit irgendwelchen komischen Sachen auf mich schießen. Leute, es lagts. Bis gleich. Okay, so weiter geht's hier. What the fuck. Ähm. Okay. Das war ein sehr merkwürdiger Start. Ähm. Und es hat gerade vor allen Dingen ganz kurz gelagged während des Sprungs. Und das möchte ich bitte nicht, bitte nicht während des Sprungs laggen spielen. Kinder. Aber überhaupt nicht laggen am besten. Hä? Na? Aber nein, das ist ein Rund, den habe ich schon seit, äh, seit G-Zeit. Seit G-Zeit. Seit der G-Zeit. Die war noch vor der Eiszeit. Ähm. Ähm, ja, seit, ähm, geraumer Zeit, wollte ich sagen, aufgegeben, dass ich jemals als Spiel lag freispielt werde. Ein Grabber-Spiel. Hilfe. Sie spucken mich an. Spuckt mich nicht an, kleine Eisfreunde. Macht die Tür auch schnell, schnell. Hier hat die mir einen spuckende, kleine, wütende Käfer. Spuckende, kleine, wütende Käfer. Ja, genau. Und ich mag keine spuckenden, wütenden, kleinen Käfer. Ach ja, wieder die lustigen. Oh, ich lasse Sachen fallen. Und werde von deinem Charge-Steam angesogen. Ich hasse diese Teile. Sowohl diese gelben hier, als auch die Lila-Variante von denen. Okay. Kann ich euch überras- Was zum Henker? Hast du das gehört, oder was? Mein Freund. Okay. Ähm. Na, jetzt ist der andere Aufwachen. Na, ganz toll. Hallo. Wo ist der andere? Ah, er ist direkt neben mir. Wie auch immer. Ähm. Ich möchte dich jetzt kaputt machen. Ach, geh mir nicht auf den Nerv. Ich hau ab. Äh, Hilfe. In welche Richtung? Nein, ey. Sie töten mich. Ah. Geh weg, schnell. Scheiß Eifie. Okay. Okay. Wo bin ich jetzt? Hm. Ach so. Äh, ich bin irgendwo reingefallen. Hier war ich das letzte Mal, ehrlich gesagt, gar nicht drin. Ähm. Fällt mir gerade so auf. Die Wand fliegt sehr zerbrechlich aus. Nicht für meine Bomben. Dann für meinen Charge-Steam. Bäm. Auch nicht. Dann für meine Missiles. Bäm. Dann auch nicht. Dann für Super-Missiles, die ich noch nicht habe. Oder so. Ähm. Okay. Verdammt doch mal. Was geht denn jetzt? Moment. Was ist denn da? Ähm. Ach, egal. So. Ich wollte eigentlich nur hier hingehen. Ja. Nein. Haha, ich muss da ganz rum. Hallo, Eisding. Okay. Weg. Lass mich weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie tötet mich. Macht die Tür hoch. Schnell, 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 schnell. Oh. Mein. Gott. Warum passiert sowas? Egal. Ähm. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen vorsichtig, wollte ich sagen. Ein bisschen sehr vorsichtig. Wo sind die Energietanks? Ich meine nicht, dass man zu diesem Zeitpunkt jetzt einen haben kann. Ich habe bestimmt alle wieder verpasst. Warum finde ich die ganze Zeit nur Missiles? Ich würde zwei Missile-Packs hergeben für zwei Energietanks. Und, ah, ich bin gleich tot. Das will mir nicht gefallen. Da hat das wieder so ein komischer Eis-Klumpen-Typ. Ach, genau. Und ich mache ihn erstmal wach. Boah, das Spiel. Hör auf zu lenken. Du gehst mir auf den Zünder. Ähm. Moment. Wie komme ich denn da nochmal hoch? Von hier oben, oder ja? Okay. Hallo, Kleiner. Könnt ihr mir mal irgendwie Energie fallen lassen? Oder so. Ach, hier ist noch was zu scannen. Ich hasse es. Ich hasse das. Solche Situationen. Hatten wir das nicht neulich schon mal, wo ich fast gestorben wäre? So. Ähm. Was war das? Oder hat er gerade auf mich geschossen? Oder war das ein Energieball, der auf mich drauf fiel? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es zweitens war. Wie komme ich hin? Hallo, ich möchte wieder hoch. Ähm. So. Ich warte. Hallo. So. Und da hin. Danke. Hallo, du da unten. Ähm. Gut. Der hat keinen Bock mehr, gegen mich zu kämpfen. Selbst ich bin ihm jetzt schon zu wenig. Na gut. Von mir aus. Dann ist das eben so. Äh. Wie komme ich denn? Ich muss doch da... Nee. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Hör auf zu lenken. Dekenspiel. Mein Gott. Okay. Geh weg, geh weg, geh weg. Wawawawawwawawaw. Stirb, stirb, stirb. Stirb. Einfach. Geh weg. Hm. So nervous. I'm so nervous. Okay. Ähm. Ach da. Oh. Ja. So. Genau da. Natürlich. Wo sonst? Ach Gott. Egal. Ähm. Ich bin jedenfalls sehr viel schneller als beim letzten Durchlauf. Also als beim Versuch gestern und weh. Weil es geht wieder genauso dumm. So wie gestern, das mir nämlich mehrfach passiert, ja. Dass ich hier das nochmal machen müsste, weil ich dämlich runtergefallen bin. Okay, spring! 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 Jump! Wir jumpen, springen, springen, springen. Okay, und wir finden ein neues Item, ein neues Item, ein neues Item, ein neues Item. Wir finden den Boost Ball, der ist voll Prime-spezifisch, den gibt's hier das erste Mal. Und ihr seht da unten diese lustigen Half-Pipes, die können wir jetzt benutzen. Oh yeah! Und wie wir die benutzen können, wie wir das auch gleich tun werden, das werdet ihr sehen. Ähm, jetzt möchte ich aber trotzdem noch eine Bitte aussprechen, und zwar, lasst mich nicht sterben, Spiel. Ich bin gerade so weit gekommen und habe keine Lust, das alles nochmal zu machen, nur weil irgendwelche scheiß Gegner gleich kommen. Ich muss ja nämlich jetzt wieder zurück, das heißt, ich muss wieder an diesen zwei Eis-Johnnies vorbei. Und einfach lässt dir niemand Energie für mich fallen. Niemand! Bei Super Metroid oder F... oder F... wäre ich schon... hätte ich schon... meine ganzen Energietanks wieder auffüllen können, weil man alle hat. So viel Energie hätte man da verloren. Aber nein! Nein, 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 nein! Wir sind ja in Mission Prime, und das Spiel ist total gemein zu uns. Aber dafür können wir an den Dingen ja jetzt besser vorbei, an dem einfach so machen! Okay, ähm... und dann den anderen... den... 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 anderen auch! Nein! Gott, Sakramente! Wir hätten gut vorbei gekonnt, wenn ich jetzt nicht sowas mit Macht hätte. Okay, ähm... Beeilung. Denken, denk, denken. Dreck nachdenken und hoch. Gibt's hier noch irgendwas zu finden? Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Schnell, schnell, schnell. Mein Gott, ey! Das ist voll das Nervenspielrad. Ey, dann... Bis gleich.